So, und dann gleich haben wir den letzten Kinderladen. Ich musste mich damals, als ich mich damit beschäftigt habe, also als die Kinder auf die Welt kamen, erstmal an dieses Wort Kinderladen gerühren. Ich dachte auch immer, das heißt irgendwie Kindertagesstätte, Kindergarten. Aber ich kann mir das gar nicht mehr anders vorstellen. Kinderladen finde ich gut. So, und es ist jetzt der letzte Kinderladen, das sind die Rottstrechen. Die bekommen vier Laufwäder. Dank. So, jetzt will ich das auch nur noch kurz machen. Also jetzt könnte ich ja noch tausend Stunden erzählen und so, aber das möchte ich gar nicht. Also ich freue mich, ich werde nachher natürlich auch noch was erzählen. Also ich freue mich auf die nächste Band. Ich weiß gar nicht, wer das ist. Ich guck mal eben. Das ist natürlich Elbe. Aber bevor er Elbe spielt, ist es noch ganz wichtig, dass der Kaspar seine letzte Vorstellung spielt. Und ihr müsst ja gleich alle zum Kaspar gehen, damit er nicht das Publikum hat. Dann fühlt er sich, glaube ich, besonders glücklich. So, ich habe ihn ja hier. Und, äh...